Marie Bäumer, Hannelore Hooger und Fritz Karl spielen die Hauptrollen in diesem düsteren deutsch-englischen Krimi nach der Bestseller-Verlage von Charlotte Link. Das kleine Städtchen Scarborough hat es der deutschen Bestseller-Autorin Charlotte Link angetan. In einem Interview verriet die 55-Jährige einst, sie habe die Kleinstadt im Nordosten Englands zufällig entdeckt, weil sie sich vollkommen verfahren hatte. Einmal dort gewesen, habe Scarborough die Autorin aber so fasziniert, dass zahlreiche ihrer Geschichten dort angesiedelt sind. So auch die Verfilmung ihres Romans Das andere Kind. Erzählt wird eine Geschichte, die in England unter deutschen Bomben ihren Anfang nimmt und ihr düsteres Erbe bis zum Enden nicht los wird. 2013 war der psychologische Familienkrimi als Zweiteiler im Ersten zu sehen. Arte zeigt ihn nun in der vollen Länge von fast drei Stunden am Stück. Marie Bäumer spielt die Hauptrolle der Kinderärztin Leslie Kramer. Sie ist beruflich erfolgreich, doch privat herrscht bei ihr das Chaos. Ihr Mann hat sie betrogen und so die Trennung heraufbeschworen. Da trifft sich es sich, dass eine Einladung zur Verlobungsfeier ins Karborough von Lesleys Jugendfreundin Gwen, Brunner-Gelge, ins Haus flattet. Sie hat den feschen, aber ziemlich armen Volkshochschullehrer Dave, Fritz K. erobert. Leslie packt hoffnungsvoll die Koffer und reist zum Fest. Etwas gegen die geplante Verbindung einzuwenden hat Lesleys Großmutter Fiona Barnes, Hannelore Hooger, bei der die Enkelin nach dem frühen Tod ihrer Mutter teilweise aufgewachsen ist. Fiona, die mit Gowens mittlerweile geistig verwirrten Vater Chad, Richard Johnson, eine alte, unerfüllte Liebe teilt, kämpft vehement gegen den mittellosen Bräutigam ins P. Der hat es ihrer Meinung nach nur aufs Geld der Familie abgesehen. Als Leslie ins Karborough eintrifft, ist ein Mord passiert. Eine Studentin wurde grausam abgeschlachtet. Kaum ist Leslie bei der Verlobungsfeier im familiären Kreis angekommen, ereignet sich ein zweiter Todesfall, diesmal mitten in der Familie. Ein zweiter Erzählstrang des Films berichtet vom gemeinsamen Aufwachsen Fionas und Chats. Das Londoner Mädchen, Chloe Jane Wilkinson. Wird während der Bombennächte im Zweiten Weltkrieg aufs Land nach Skarborough evakuiert und kommt so in die Familie von Einzelkind, Chad, Tom Westen. Aus kindlichen Spielgefährten wird eine junge Liebe, doch bald zieht Chad in den Krieg. Auch wenn der Thriller des Schweizer Regisseurs Urs Egger die Seelen im Feuer, in seiner Machart konventionell bleibt, die Geschichte von Schuld und Ausgebliebener. Söhne fesselt aufgrund ihrer menschlich anrührenden Erzählung. Hauptdarstellerin Bäumer und vor allem Hannelore Hooger als grantige Großmutter überzeugen. Etwas gewöhnungsbedürftig sind dagegen die teilsynchronisierten Dialoge zwischen deutschen und englischen Schauspielern, die beim Dreh jeweils in der Muttersprache agierten.